Fußball Israel Prognose für den Spieltag am 11.04.2009 Autor Seltsamkenzi Endresultat Endstand Israel Endresultat Endstand Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar 1. die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches 2. die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match Beim Tippen oder Wetten müssen sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Anidar 2 zu 1 und für Asod 1 zu 0, so gilt das immer aus Sicht des Teams Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Anidar gegen Asod Wäre zu tippen, Anidar mit Tipp 2 zu 1 und 0 zu 1 Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Asod gegen Anidar lauten Dann müsste der Tipp für Asod lauten, 1 zu 0 oder 1 zu 2 Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team Anidar 0 zu 1 oder tipp 2 Asod 1 zu 1 oder tipp 0 Brai Jehuda 1 zu 1 oder tipp 0 Haifa 1 zu 0 oder tipp 1 Jerusalem 2 zu 1 oder tipp 1 Medanua 1 zu 1 oder tipp 0 Petatequahapol 1 zu 1 oder tipp 0 Petatequahmakkabi 0 zu 1 oder tipp 2 Saknem 0 zu 1 oder tipp 2 Simona 0 zu 2 oder tipp 2 Tel Aviv Haapol 3 zu 1 oder tipp 1 Tel Aviv Makkabi 1 zu 2 oder tipp 2 Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 4.04.09 Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat-Endstand zuletzt am 4.04.09 Gespielt haben Anidar 0 zu 4 Asod 0 zu 3 Brai Jehuda 2 zu 0 Haifa 3 zu 0 Jerusalem 4 zu 0 Netanyuah 0 zu 2 Petatequahapol 2 zu 2 Petatequahmakkabi 1 zu 2 Sakhanin 2 zu 2 Simona 2 zu 3 Tel Aviv Haapol 2 zu 1 Tel Aviv Makkabi 3 zu 2 Halbzeit-Halbzeitstand Israel Halbzeit-Halbzeitstand Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team Halbzeit-Halbzeitstand Anidar 0 zu 1 oder tipp 2 Asod 1 zu 1 oder tipp 0 Brai Jehuda 1 zu 0 oder tipp 1 Haifa 1 zu 0 oder tipp 1 Jerusalem 2 zu 1 oder tipp 1 Metanyuah 1 zu 1 oder tipp 0 Petatequahapol 1 zu 1 oder tipp 0 Petatequahmakkabi 0 zu 1 oder tipp 2 Sakhanin 1 zu 1 oder tipp 0 Simona 0 zu 1 oder tipp 2 Tel Aviv Haapol 2 zu 1 oder tipp 1 Tel Aviv Makkabi 2 zu 1 oder tipp 1 Als letzter Spieltag wurde bei diesen Halbzeit-Halbzeitstand Prognosen berücksichtigt der 4.04.09 Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Halbzeit-Halbzeitstand zuletzt am 4.04.09 Gespielt haben Anidar 0 zu 3 Asod 0 zu 1 Brai Jehuda 1 zu 0 Haifa 1 zu 0 Jerusalem 3 zu 0 Netanyuah 0 zu 1 Petatequahapol 1 zu 2 Petatequahmakkabi 0 zu 1 Sakhanin 2 zu 1 Simona 1 zu 1 Tel Aviv Haapol 1 zu 0 Tel Aviv Makkabi 1 zu 1